Und wir schalten zu Annette Dittert nach London. Annette, vor dem neuen Premier, Keir Starmer liegen nicht unbedingt rosige Zeiten. Die Beliebtheitswerte der Regierung sind im Keller. Starmer gilt als Pessimist. Jetzt will er aber Hoffnung verbreiten. Inwieweit ist ihm das gelungen? Also als Pessimist, das würde er so nicht stehen lassen. Er würde sich selbst als Realist bezeichnen. Und ja, in der Tat, seine Popularitätswerte sind innerhalb von nur 2 Monaten um 45 Punkte in den Keller abgestürzt. Das hat es so noch nie gegeben bei einer britischen Regierung. Insofern lag heute ein großer Druck auf ihm. Und dieser Rede vor dem Parteitag, die 1. große Rede an seine Partei, nachdem er die Wahlen im Juli gewonnen hatte. Und das Ganze war eine fast einstündige Blutschweiß- und Tränenrede, die vor 5 Minuten zu Ende gegangen ist. Indem er noch mal um Geduld bat. Indem er noch mal erklärte, es lägen schwere Zeiten vor dem Land und ihm. Und in dem er noch mal erklärte, dass das im Wesentlichen die Schuld der Tories sei. Das war also im Wesentlichen fast noch mal so was wie eine Wahlkampfrede. Wenig konkrete Punkte, wie er jetzt die Probleme des Landes angehen will. Und insofern bin ich ein bisschen skeptisch, ob er mit dieser Rede heute wirklich die Stimmung im Land hat drehen können. Kurz nachgefragt, Annette, wieso ist Sammer eigentlich so unpopulär? Das hat mehrere Gründe. Zum einen war es so, dass nach dem Wahlsieg, dem immerhin fulminanten Wahlsieg mit einer Mehrheit von 174 Abgeordneten, erst einmal nicht viel geschehen ist. Die einzige politische Ankündigung, die es da mal gemacht hat, ist, dass man das Heizungsgeld für Rentner einstellen würde, weil es eben so schwere Zeiten waren. Man hat immer wieder darauf hingewiesen, was für ein schweres Erbe man von den Tories übernommen hat. Und dadurch ist dann aber, weil dann nichts mehr passiert ist, so eine Art Vakuum entstanden. Und in dieses Vakuum hinein hat dann eben die doch seit einigen Jahren recht hysterische britische Presse, die im Übrigen oft und meistens eher auf der Seite der Tories ist, jede Menge Skandale entdeckt, die im juristischen Sinne keine sind, die aber dann eben große Schlagzeilen gemacht haben, wie zum Beispiel die Tatsache, dass Stama Spenden von einem Wahlspender von über 100.000 Euro umgerechnet angenommen hat für Kleider seiner Frau. Das wurde ihm sehr angekreidet und auch nicht zu Unrecht, da er sich eben im Wahlkampf auch sehr als der moralische Gegner der korrupten Tories inszeniert hat. Und da kann man sich natürlich solche politischen Fehler eigentlich nicht leisten. Das heißt, es fehlt eigentlich an einer klaren Richtung, es fehlt an klaren Projekten. Und die werden die Briten wohl auch nicht vor Ende Oktober bekommen, wenn dann der Haushalt vorgestellt wird. Das ist noch eine Weile hin. Und bis dahin müssen die Labour-Mitglieder, die ihm heute applaudiert haben, durchhalten. Weil bis dahin ist eben, das sind noch einige Wochen, bis dahin werden die Briten weiter warten, was denn genau die Visionen sind, wie Stama das Land aus dieser schweren Situation herausholen will. Und das dürfte ja dem Rechtspopulisten Nigel Farage, der ja maßgeblich den Brexit vorangetrieben hat, in die Hände spielen. Wie versucht Farage davon zu profitieren? Ja, für Farage ist das natürlich eine ideale Ausgangssituation. Er hatte gerade seinen Parteitag am letzten Freitag. Und gerade dieser Skandal um die Kleiderspenden, die spielt ihm natürlich in die Hände, weil er dort sagen konnte, seht mal, die Tories waren korrupt, Labour ist korrupt, die sind alle gleich. Das ist ja das Mantra einer jeden rechtspopulistischen Partei. Die Mainstream-Parteien sind alle dasselbe. Und wenn ihr wirklich was anderes wollt, dann wählt mich. Das ist keine gute Situation, in die Stama da geraten ist. Und deswegen ist es höchste Zeit und wird es wirklich höchste Zeit, dass er klarere politische Projekte ankündigt und auch so etwas wie ein bisschen Licht am Ende des Tunnels für die Briten hervorzaubern kann, damit man einfach weiß, wofür denn man in Zukunft so leiden muss. Außer, dass es alles die Schuld der Tories ist. Die Briten haben ja in den vergangenen Jahren gezeigt, dass in der Downing Street öfter mal der Umzugswagen vorfahren kann. Bis zur nächsten Wahl ist es noch lange hin. Muss man damit rechnen, dass es bald wieder einen neuen Premier gibt? Ja, ich kann gut verstehen, dass man aus deutscher Sicht das mal wieder fürchten müsste, wenn man solche Schlagzeilen liest, wie die um die Kleiderspenden-Affäre Stamas. Aber nein, das wird nicht der Fall sein. Stama hat eine wirklich sehr komfortable Mehrheit von 177 Abgeordneten. Und mit denen wird er auch noch mindestens 4,5 Jahre regieren können, wenn nicht etwas ganz Unvorhergesehenes passiert. Aber es wird eine schwierige Zeit. Und ich glaube nicht, dass er mit der heutigen Parteitagsrede wirklich die Stimmung entscheidend hat rumreißen können. Dann, Annette, einmal noch der Blick auf die Partei. Stamas Labour-Partei ist ja eine sozialdemokratische Partei. Stama hat sich wiederum deutlich nach rechts bewegt, vertritt ja etwa in der Asylpolitik ähnliche Auffassungen wie konservative Politiker. Ist das für die Labour-Partei eine Herausforderung? Naja, die Labour-Partei ist eine breite Partei, die eben auch sehr viele Linke, also im eigentlichen Sinne Linke-Abgeordnete beherbergt, die sehr unzufrieden sind mit dem jetzigen Kurs Stamas, der sich eben wirklich sehr weit in die rechte Mitte bewegt hat mit seiner Partei. Das hat auch damit zu tun, dass die Tories eben sehr weit in den rechtspopulistischen Raum gegangen sind und da in der Mitte der Politik einfach Platz war. Und Wahlen werden in Großbritannien eben in der Mitte gewonnen. Und so hat eben Stama auch diese Wahl gewonnen, indem er sich eben als einen, ja, rechter, als rechten Sozialdemokrat verkauft hat. Die Frage ist einfach, wie denn, wenn die Popularitätswerte und die Stimmung im Land weiter so negativ bleibt, wie lange er diesen linken Flügel in seiner Partei wirklich ruhig halten kann. Derzeit ist die Partei extrem diszipliniert weiterhin, aber das ist eben auch ein potenzielles Risiko, das er fährt. Und man muss eben gucken, wo er jetzt auch mit der Immigration, mit seiner Politik hinsteuert. Bis jetzt ist das alles noch sehr vage. Er hat gesagt, Ruanda wird mit ihm nicht stattfinden, das hat er abgeschafft. Aber wie er jetzt eben alternative Projekte da hinkriegen will, das wird sich zeigen. Und wie weit da der linke Flügel mitmacht, das ist eben auch noch ganz unklar. Annette Dittert in London, vielen Dank für diese Informationen und Hintergründe. Bitteschön.